Hallo, hier ist Payman Amin aus München. Ich durfte als Juroa mitwirken bei der Spring Fashion Challenge auf Deals.com. Ich finde, unsere Bloggerinnen haben wirklich einen tollen Job gemacht. Sie haben aus relativ wenig Geld einen tollen Frühlingslook zusammengestellt. Aber das Thema Metallic Look hat nur eine ganz gut getroffen an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch! Du hast gezeigt, dass man auf Deals.com wirklich tolle Looks zusammenstellen kann für wenig Geld. Allen anderen wünsche ich noch viel Spaß beim Einkaufen auf Deals.com. Euer Payman Peace live aus München.